Ja, ich muss noch das Game starten. Und dann schauen wir mal, wie lang wir jetzt an dem was hängen. Halt's auf, wir direkt drei Zuschauer. Ich hab'm Arsch. Glaub ich. Zu geil. Was geht? Remnant oder was? Bin ich vielleicht auch der Einzige, der überhaupt streamt heute? Das könnte schon sein. Deutsch auf jeden Fall. Ne, noch einer. So, gleich geht's los. Letztes Mal hat man ja schon abgegiert, oder? Ich glaub schon, ja. So. So, da kommt er. Und da ist er. Und rein. So. Aber war das der Checkpoint, oder? Ich denk mal schon, ja. Ja. Alle Taktik, wahr? Du wirst weg, ich mach damage. Ja, hoffen wir mal, dass die mir auch hinterher rennen würde. Ich denk mal schon. So. Okay. Ich bin ready. Ja, wo bist du denn? Ich steh doch hier. Hä? Du bist... Ah, lol. Du warst bei mir grad da hinten, hinter der Wand irgendwo. Ich helfe mir. Ich helfe mir. Ich helfe mir hier. Na gut, dann rein. So, ich geh da hinten hin. Oh, ich geh da. Ah, ich hab hier mega viele. Brauchst du klar? Ja noch, alles gut. Ja, ich bin tot. Aber Mann. Stopp! Ah, der hat Damage gemacht, Mann. Kommen fünf, sechs Stück, kommen dir entgegen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, oder? Dich dann wieder zu greifen. Wir haben einen Stein hängen geblieben. Oh mein Gott, hier sind viele. Ja, die waren alle bei mir. Ja gut, auf ein neues. Aber. Easy. Ganz easy, Mann. Bedeutend easy als der letzte. Denk ich mal. So, bis 13 Uhr, 13.30. Machen wir mal gut. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ja, ich auch. Ich bin in die Ektion reingelaufen. Ey, die machen auch unterschiedliche Damage, glaube ich. Ja, es sind ja auch unterschiedliche Viecher. Nee. Nee, aber die, die wo sich Porten machen, auch unterschiedlich Damage. Oh, okay. Also wenn sie vor dir stellen, dich nur hitten, macht es nicht so viel Damage, als wenn sie direkt aus dem Port nicht angehalten. Ja, nice. Ja, deswegen war ich direkt tot. Weil ich dachte, das war easy. Gut, aber wir haben ja diese Ops noch, ne, gegen Elektro Damage vielleicht bringt uns ja was. Aber facilituieren sich, Leute? Ja, voll ja. Das war's für heute. es ist echt heute diese port dinge werden die supporter nicht aber es bedeutet einfach Oh, sehr gut, Achtung! Ich habe keinen Mut noch mal gesucht. Ja, jetzt oder nie. Wenn du durchhältst, bis ich das erste Ding kaputt habe, könnte ich dann zu dir kommen und machen wir von da noch zusammen. Also wenn du wirklich vielleicht irgendwie nur rumrennst oder so. Ja, ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Oh, was? Oh, da habe ich ganz viel Leben. Ja, ich auch. Oh, ich heil mich. Oh! Loll! Du kannst einfach von denen wegrennen, dann treffen die sich nicht mit seinen Fortnite angriffen. Oh, doch. Oh, ich bin schon da. Oh, mein Gott. Oh, ich würde mich gerade noch nicht hinlegen. Mein Shit hier ist Deutsch kaputt. Ja, ich konnte meinem zwischenzeitlich auch immer ein bisschen Schaden machen. Ja, ist cool. Ich glaube, der jetzt nachlädt ist auch... AHHHHH! NEIN! Musst du klauen? Oh, ja, ich komme gerade noch hin. Nein. Oh, ich glaube jetzt... Kann ich nochmal? Ich hoffe, wir sind noch nicht hier. Damit zwar nicht ein Schaden. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. und ich habe die wiederbeleben oder so 3 müssen auch so ein counter hier rein machen wenn du das bei der twitch-channel machst kannst du ein obs oder so einstellen musst du halt einfach mal so selbe taktik nochmal stein hängen ja bis jetzt läuft es ganz gut ich weiß nicht wie lange noch ich weiß die ganze zeit aus und wenn du kommst vielleicht haben wir die akku immer noch auf mir ich habe ich habe mein gott nein aber das hinter mir ist aus der wand gekommen ist doch schon exklusionsding ab die kinder gegenseitig deswegen wenn du so eins abschließt wenn da so viele rum sind eine sekunde ooooooooooooooooooo ich sehe ich schweb 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 soll ich jetzt mal weg hier zum anderen vielleicht ja ich bin tot oder ah schweb 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 insgesamt von allen streams bin ich auf 1,9 okay oooooooooooooooooo oooooooooooooo aber dieser ziel wird dass wir da oben vielleicht auch mal rausgehen wenn es wir können ja zwischen den teilen hin und her wechseln als wir beide machen dann können wir auch das andere mal der menschen da oben dieser ecke drin ja es sind keine porter mehr die laufen jetzt aber wir sind nur welche die laufen wenn ich von denen wegrennen oh mein gott Ich hab noch die Tränke. Ja, dann gönn jemand. Oh, da ist hier eine Tuporte. Ich muss ihn aber durchhalten, bis ich wieder ein Feld machen kann. Oh, das ist irgendein dinges Vieh geworden. Hast du das gehört? Ja. Schauen wir mal, was soll jetzt kommen. Oh, shit. Du kannst ja auch nicht mehr healen. Doch, doch, doch. Oh, da schießt was. Ja, ja, das ist das dinge Vieh. Alles ob. Oh, fuck, ey. Jetzt haben wir auch noch Fankampf. Ja, und es sind drei von den Viechern. Ja, ich glaube, wenn wir das zweite kaputt haben, müssen wir ganz schnell sein. Das ist der Hackerhofer. Scheiß, Dreck. Alter, boah. Oh, sind das viele Viecher, Mann. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Climax the source is coming to Netflix. Be proud that Climax the source will the first ever a Heartstyle show on Netflix from all over the world. Heartstyle lovers can become part of this sacred ritual. Looking down, just go and roll a lot better. 22. Dezember. Netflix. Merkel, Mann. Gut, auch ein neues. Tschüss. Ich hoffe. Ah, wenigstens viel leveln wir hier wieder. Naja. Das ist eigentlich nicht gut, wenn wir nicht direkt spielen. Los geht's ab, ein neues Kaffeln. Das ist also ein neues Kaffeln. Woh- Die H1. Die H1 versätzt, was wir genau hier? Wie ist es jetzt? Ich hoffe, was ich hierzu. Woh- na ja ich glaube da wird auch eklig so und man red von dem einen zehn minuten späler hat mein nechsten vor sobald das schütte zucker ja weil diese porten und fischer mann die sind ja so nervig ja mann vor allem machen die auch so einen schaden so ready set go Was auf! Irgendwie auf die Ballen, dann macht ihr irgendwie nur Akassi, schau ich dann auch. Okay. Ja. Jeff! Da kommen sie. Ja. Alter. Na, ich glaube ich hab dich. Ah, sieht gut aus. Oder kommen sie, Achtung. So. Weiß nicht, kommst du dann hier klar erstmal? Ja, ja. Ich will, Brübel. Oh shit, oh man Habe ich gerade, ah, die sind alle gestorben, gerade mir gerade so einer da Ja, ich habe das Ding gekillt Aber jetzt kommen dir drei Stück entgegen gewackelt Vielleicht kannst du den anderen Damagen erstmal, bevor wir den zweiten kaputt machen Dass, wenn diese ekelhaften Spähtdudes kommen Ja Wir schon den anderen gedamaged haben, weißt du, dass wir uns wieder aufteilen, wenn du mich kriegst Ja, 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 ich muss nur gerade, halt, wie viele von diesen Teleportviechern hier sind, ne Die machen so einen fickten Schaden einfach Ja genau, was ich sagen wollte vorhin, was ich vergessen habe Ich werde mir im Januar so eine andere Webcam kaufen Und dann kann ich nämlich so ein Bild machen wie der Hennwan Weißt du, so keine Cam, sondern Ausgeschnitten, so der Körper So wie im Gringscreen mäßig? Ja genau So, auch ein neues Oh, das klappt nicht gerade immer so gut wie vorhin Ja, das klappt nicht immer so gut wie vorhin Alter, ich bin an dem scheiß Stein hängen geblieben, ey Ich habe meinen Wasserflaschdeckel gefunden, aber leider nicht gestern 500 So, nochmal So Auf wieder drücken So die supporter die sind richtig ekelhaft hast du dir nicht auch worden hätten jo wie viele von denen bei mir ich habe mich nicht getroffen du bist tot wir müssten das video eigentlich auch steven schicken und so hier so machen es richtig oder zu schreiben ganz gerne machen oh mein gott ja 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 mitnehmen kann keine ausdauer was der match hat immer gemacht Nein! Meinst du, du schaffst mich zu reißen? Ja, ich guck mal. Nee. Nein! Da war wieder Spaß. Aber wenigstens leveln wir hier, warte mal. Ja, 1 level hab ich. Alles in den Crit-Chance, einfach ballern gerade bei mir. Stimmt, das haben wir das letzte Mal gekriegt, ne? Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Scheiße. Ja, das sind. Was? alle diese wenn die aus dem sprung treffen dann bist du fast tot man die macht so einen schaden auch schätzt ja da easy oh Oh, kann man ja nicht mehr aufhören. Ah, easy! Oh mein Gott, oh mein Gott, häng! Jetzt geh ich wieder rippen, Bruder. Ja, das ist mein Gott. Geil! Was ist denn da? So Was denn? Ich habe mich irgendwie von irgendwo getroffen und ich habe gemerkt, ich habe keine Moni Ich habe mich irgendwie von nur noch Wenn mich nicht wirklich So ist das Was denn von Is das Dass ich mich nicht Weißt du junger doch alle die hitboxen manchmal so ruhig ich hab nicht mehr zum heilen du machst du nicht vor dem lieben vor ja nicht so glaube ich zu anderen taktiken entscheiden können ich weiß nicht oder wir sind zusammen irgendwie das war das war vielleicht zusammen auf den richtigen weil der weg am längsten ist und wir schroten alles rein was wir haben vielleicht kriegen wir dann direkt down before the other Ah, ich hätte kein Ausdauern mehr, ja, oh Mann. Aber was ich machen könnte, ist, dass ich da jetzt, äh, Melee-Gegner, da könnte ich meine Fähigkeit ja wieder usen, dass ich 60% in den Gedämpfnis bin. Das könntest du machen, ja, vielleicht könntest du dann richtig die wegtänken auch mal. Aber ich weiß nicht, ob ich dann, warte mal, die Frage ist, in welcher Weapon, ja, dann geht halt mein Heilfeld weg, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob wir Heilfeld so wirklich brauchen, irgendwie, weißt du, weil das nicht so viele kleine Hits sind, wie bei diesen Fliegedingen, sondern halt, weißt du, wenn dich so ein Ding zweimal trifft, bist du eh one-hit, also bist du down. Ja. Nimm halt einfach mal die Damage-Vertion. Ja, nimm das Damage-Vertion. Sollen wir das dann wieder, dass ich dann wieder links hingehe? Ja, genau. Weil dann, äh, können sich das vielleicht besser aufteilen. Als es aber nicht reingeht, ja. 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 Geht's mal da hin, oder an. Oh, was! Hier hat sich halt schon extrem viel aus. Die smell Indian macht ja Aber ich hab keine Ausdauer Nice, halbe Stunde haben wir schon Ich hab keine Ausdauer Halt's hopp Halt's hopp, oh manch hab ich grad gehealt Shit ey Wollder wie viele von den Teleportfücherns hier sind ey Oh mein Gott, richtig gegenhaft Oh Ja wahrscheinlich Jo Oh Alter, oh mein Gott ey Die porten sich so um einen rum ey Den kannst du ja gar nicht killen man, das ist so heudig Ja, das ist echt Ja mann Das sind übes Viehle immer von denen So Mein neues Du bist Hey hey Ja 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 vor allem die fallen ja auch noch nicht mal runter als ob die machen so verschiedenen schaden das ganze ja man und noch alter ich hänge an dieser dricks kante man steve schreibt 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 noch so ja mega nice zusammengeschritten Aber die sind schon geil animiert auf jeden Fall die Ja, auf jeden Fall Bewegung, Abfolge und der Ge... oh mein Gott Oh, oh nein Bruder Alter Oh Alter, ich stehe einfach in drei von diesen Dingern drin Oh, fuck Oh, man Hey, Rebecca fragt Hast du das selbst gemacht? Ich sage, nee Das hast du doch ultra gut, Alter Also die, die fast widmen von jedem gefeiert, Digga Ja, nice, Alter So, lass dir mal noch 20 Minuten schreien, dann mach ich los Ich frag mich auch, das ist immer verschieden Manchmal mach ich 1500 Damage, dann mach ich das 1000 Dann mach ich das 300 Ich dachte eben wieder, wie die Kugel fock hat Was ist denn passiert? Ich hab mir da eingesperrt bin Ich hab mir da eingesperrt bin Ich hab mir da eingesperrt bin, wenn das zu viel ist, ne? Weil ich töte meistens auch die Gegner, die um mich rum sind und dann kriege ich den Schüttern. Oh, Mann. Ja, ich brauch nur noch einen Schuss. Ja, dann mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Ich hab keine Monäne. Jomitsch, hab's kaputt. Ja, ich hab's auch. alle haben es geschafft man es war doch easier das war echt du meiniges einfacher als der andere also hier haben wir jetzt 44 minuten und das andere hat vier stunden 45 ich hab schon gedacht jetzt machst du die drei dinger kaputt und dann kommt noch so das ist ja irgendwas kommt noch oder so gar nichts hat zwar nur dann das war so noch das war ja gut dann Dann, äh, kommen wir wieder zurück. Nice. Was haben wir da eigentlich für'n Fick bekommen? Ähm, lass mal zu dem Speicherpunkt laufen. Telekom ist irgendwie da und irgendwas mit Internetanschluss gucken und es findet keiner an, weil Eltern brauchen Help oder so. Alles klar. Ja, wir laufen zu nem Stein und dann machen wir aus. Ja, kein Problem. Jetzt wollen wir mal zogern wollen, ne? Ja, machen wir die Tage, ich hab jetzt drei Wochen Urlaub. Da können wir auch nicht reinhauen. Ja man, bitte. Ja gut, dann, äh, war's das von mir. Hau da rein, bis die Tage. kuin. Hippediaspởee